Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Anirolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts, Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir Disney-Stadt abgeschlossen und mir ist aufgefallen, wir haben gar keine Belohnung bekommen nach dieser Stadt. Wolle abzocke, ja, ey. Okay, ähm, ja. Ich bin jetzt nur nochmal im Zwergenwald und wollte jetzt hier mit Hilfe von Sturmlauf hier so rüberdüsen. Aber dann ist mir aufgefallen, ich kann auch jetzt eiskalt hier drauf springen. Ich will es den hier machen. Und jetzt ist es hoffentlich das drin, was ich glaube, was hier drin ist. Nein, das ist nicht, verdammt. Hey, hier, was ist denn das? So viel dazu. Aber wir haben Folge-Explosion, das saubert. Lass weitergehen. So, das war schon mal Zeitverschwendung. Wenn euch der Part gefallen hat und ihr auch gerne Zeitverschwendung wollt, dann könnt ihr ja ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und dem Kanal sehr viel weiterhelfen. Das ist schon mal 100% ausgezeichnet. Wir müssen jetzt zur Arena des Olympens. Lass mich nur kurz meinen Dingen hier ändern. Das ist auch nicht schlecht, ne? Aber brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Wir müssen erst mal darauf achten, die ganzen Sachen hier hochzuleveln. Ich habe, glaube ich, genug Eiszeit. Habe ich noch irgendwas anderes? Magierst. Dafür brauche ich zwei, verdammt. Ja, okay. Jetzt mal jetzt die ganzen Angriffsdinger hier hochleveln. Äh, ja, Arena des Olympens. Außerdem habe ich zwischen der nächsten Folge, zwischen der letzten Folge und dieser Folge nichts gemacht. Also, ja. Nichts geändert. Ein bisschen so exakt gleichen Kommandos haben wir am letzten Mal. Und wir sind hier draußen. Und wir sind hier draußen. Genau. Sieht wöhnend aus. Wenn es noch ein Muskeln hätte, wäre es sogar glaubhaft. Müsst du aber eigentlich verdammt stark sein, ne? Es war ja noch kein Held, aber... Trotzdem unglaubliche Stärke, ne? Oh, da hinten sich ein Sticker. Aber da kommen wir nicht ran. ich sollte gefühl und ich kann keinen delink einsetzen und die viecher nichts anderes machen außer abwärmen ganze zeit neben langen tag da teils davon noch mehr mal die abzuwerden ich mag es wenn dieses ding ist der anfangs man muss die aktiviert werden die absolute zitat ist oder erst mal die fahrt nach dem haus das ist so unfälle die machen nichts anderes aber das gehabt zu werden in den 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 zack die tauschen da ab werden hat er ab zu werden seifenblasen übermächtig so komme ich daran ich habe mich sogar dran kommen das muss man schützt ja nicht jetzt mal nein da kommt doch so weit von dran hat er herr hälfte gleich das möchte ich nicht beschützen und drehen bei 10 uhr was ich mal wieder ein paar leute geschützt muss da wir machen nichts anderes als abwehr hier und da mal sich bewegen was die war richtig nervige gegner gibt sie diese vögel ja verlor außerhalb seiner reichweite fliegen nicht angreifen wenn ihr gast mit wohl ist hier kann das wird das hat dabei jetzt schön da war einfach sehr viel in dieser welt kommt gar nicht das wachos almost made euros out of well maybe if you weren't trying to show off who asked you kid you'll understand more when you're old it's stronger strong enough to be a hero you think being strong is the same as being a hero sure mostly look how strong terra is and he's champion terra so sugar cakes you got any plans for later you know i trained a few heroes in my time maybe i could recite you a little epic poetry do you really know terra of course i do he's the local hero everybody's going gaga for oh now i get it you're one of his fans everywhere i go it's tera this tera that more like tera bull oh no you see i just want to track him down yeah tell me about it sister you and the rest of greece kid shows up out of nowhere goes and wins the first games he ever enters dazzling the whole town and then the nudnik up and vanishes everybody says terra's the real thing a true hero i can't wait till i'm that tough right he's so tough he turned the last shlemiel who faced him into a raving yowl come on phil be nice so you're telling me he isn't here whoa not so fast he may not be here right now but you never know he could always decide he's gonna show up for the games yeah it's to defend his title and if you went there there's always a chance if you want to go in there i got an idea i sign you up myself and if you need a trainer i'd be more than happy to put you through the ropes but phil i had to practically beg you to agree to train me shh i talked it you and she ain't got the same attributes if you know what i mean you know you're right please sign me up for the games my name is aqua nice to meet you likewise now let's start with a few basics thanks i won't need a trainer ah women never changes so i suppose you still want me to go and get you signed up meet me in the vestibule when you're ready okay okay ja 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 ich will direkt mal aqua angemacht warum nicht jetzt die tonal haben jetzt haben wir meine ganzen sachen hier endlich aufgelönt so was haben wir noch ein sturmlauf genau das war ja ich wollte schon sagen wie so ein paar Dinge hier bestimmt bestimmte angefangen kommen wo stehe luna vitalität ok machen wir noch mal sturmlauf und jetzt hier so aufbrauch wieder eisrad oder habe ich gerade dings heilkunde mal ich will nicht eisklinge und heilkunde und zweimal blitz machen wir einmal dinge ich weiß nicht genau genau magnet jetzt war schon wieder freuen kristall keine ahnung schammer ja kann auch nicht schlecht sein nach diesem encounter mit film was hat irgendwie feuersturm auf vitalität mehr ap die heilkunde warum nicht zweimal blitz war da müssen wir auch noch heilkunde brauche ich jetzt nicht so ja frost gott jetzt hier so aus nicht schlecht magias ist nicht schlecht ich hätte gerne ganzen dingen na trotz kopf und so die ganze familie da kommt aber bestimmt noch gegner ne ja nicht angreifen mädel das noch mal ruhe jetzt haben wir alle auf und sagen wollte die verarmung kein gegner ok ja gut na spielverderber denn ist ja nur aber hier sind gegner ventos post 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 dich 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 Leute lass mal bitte so ein ding hier oder so nett seid aha guck mich da mal an guck mich da mal an guck mich da mal an ja ich muss gehen mein planet braucht mich aber halt nochmal bitte ja bei die zweiten dingen muss man auch noch hier immer der abschlusskommandos war ja auch noch bekommen ich habe davon vergessen ich möchte alle mit ventos nachholen nachholen komplexierung her ja größte überraschung ausgezeichnet geld bekommen mal ja 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 da müssen du da hinten aufgetaucht das ja 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 jetzt bekommen ja ich kann nachher kommen nicht direkt abwehren heute ja schon verlogen das war so überraschend noch zu sagen und zur tat dann ändern ja den abschluss ich brauche so viel davon ist das problem dann kann ich auch wenn ich das hier auf screen mal lieber die er damit war hervorge kommen ich kann gegner ich glaube ich möchte einen also okay gut ich kann die graue stellen ja irgendwann shop ich möchte ein paar sachen kaufen bitte ich weiß was hier vom auskampf als es kommt da wird heftig aber ich glaube medica wollte ich noch mal wieder kann die schaden paar zu haben dann passt mal auf hier war ja wir bei ihr wenn ich mich jetzt nicht irre dann wenn das kann ich dann auch nicht herstellen kriegt man hat dennoch nach der dinge zu kaufen sollen ja hier so weit aus ich war da werde ich ja noch irgendwo aufkratzen können was lohnt sich denn hier so zu verkaufen ich soll es nie wieder bekommen oder so jetzt kommen gibt es ja nicht irgendwann kann ich damit was machen ich weiß noch nicht mehr wann oder wieso oder wie oder warum es war ja absolut absolute lamente dann bestes ich werde den links einwetzen aber ich muss die im zeitpunkt anwenden stimmt ja das muss ich noch aber mein gott halt nicht viel aus und nur die oder ja ja inzwischen ja wir müssen anfänglich es sind du ist so diese pasche hat geklappt bei allerletzten das war das war das zeug da aufsammeln naja ich glaube da möchte ich vielleicht ich weiß nicht oh gott ich habe nur noch eine sekunde übrig das machte ja nichts was wir in dem langen tag nur umstehen selbst nachdem ich angegriffen habe ich stehen immer noch aber sie mal angegriffen nein okay dann kommt das jetzt noch mal weg oh man ich möchte gerne diese klingen auch erbehalten dann gibt man noch man hat ja abzuwerben der hat echt abgewertet in seinem kumpel auch und getroffen dazwischen also jetzt aber dann habe ich gewartet das ist normalerweise ein bisschen schwieriger aber wenn halt ich ist dann nicht alles alles ist alles Und noch keine Ahnung von Terra. Der Mann, den ich zu kämpfen, ist jemand anderes named Zack. Zack? Hey, ich bin Zack. Du bist in der finalen. Mann, endlich! Wenn ich dich verletze, werde ich auf Terra nehmen. Terra? Warum? Ich verstehe nicht. Du sagst, dass es noch ein Spiel nach der finalen ist? Uh oh. Ich glaube, du hast nicht den Memo. Oh, Phil. Du sagst ihr die Regeln? Ja, das ist so. Die Spiele sind in zwei Bracken. Du hast den Ost und den Westen. Die Wiener von jedem Bracken fasselt in einem Championship-Match. Jetzt sind wir gerade im Westen und wir haben keine Ahnung über den anderen Seite. Alles, was wir wissen wissen, könnte dein Junge Terra über den Westen gehen. Dann sollte ich hier mit Ventus fighten. Ich sollte da oben, schau ihn an. Nein, du kannst. Das ist nicht verpflichtet. Die Athleten sind expressly verletzend von den Matchen in den anderen Bracken. Er hat das einfach gemacht? Wie soll ich wissen? Okay, gut. Das ist gut. Du musst nur bleiben und kämpfen diesen Matchen. Die zwei Athleten, die ich in den Fulten hatte, bevor sie auf die Oberfläche geführt haben. Gib ein Mann eine Pause. Ich habe eine Reputation. Hey, mach es für uns auch? Okay, dann. Ich habe das, was ich angefangen habe. Du wirst? Hahaha! Oh, die Guards sind glücklich auf mich heute. Ich werde warten für dich in der Vestibule. Just sag mir, wenn du bereit bist. Ich bin ein Mann. Du hast es trainiert. Oh, das stimmt. Na gut, gut. Ich bin ein Mann. Ich werde dich auf die Triple-Win. Sie auch. Ich bin so aufgeteilt. Zack, Terra ist ein Freund meiner Freundin. Wie ist es, dass du ihn kennengelernt hast? Er hat meine Leben gesucht. Während den letzten Spielen, dieser Mann namens Hades versucht, Terra zu machen, sein Paun der Dunkelheit zu machen. Und er hat mir gemacht, um es zu tun. Das macht mich verrückt. Das macht mich verrückt. Das macht mich verrückt. Das macht mich auf die Terra. Aber du wirst was? Terra mich freut. Und er hat nicht die Schmutzung gemacht. Ich hatte keine Ahnung. Na, das ist genug mit dem Drama. Ich denke, ich werde dich in der Ring sehen, oder? Terra. ok ich habe das ist alles zeitgleich zur ventus story da habe ich glaube ich habe nichts damit hat ich keine erfahrungsquote bekommen wir haben leuchten ja natürlich ausgerüstet und ich habe meinen kampf so gesagt hat zum glück habe ich überraschung ausgerüstet war leuchten und soll es dann auf zum letzten kampf absolut was geht very square the friendship between boys it almost makes me jealous let's fight war quasi wie man es dann ja als die anderen ich habe irgendwie so aber ist irgendwie mehr bad es als ventus und terra war der kampf könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden war ja 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 ach du bist der echte cloud und es hat überhaupt so allgemein wissen von freien fans ich höre mal nur leute sagen ja kann sie sehen ist der beste teil wo die keinen anderen gespielt haben da wissen wir irgendwie leute die sowas behaupten überhaupt die story von keine fans sieben mich mal interessieren ich dachte ein bisschen sprecher aber es ist ja einfach bis jetzt bereinigt ich will dass er sich auch nur verflügeln und ausgerechnet haben wir sind still egal irgendwie hat es von jedem angefangen wie es dann lassen ist eigentlich nicht so in zwei kämpfen üblich zu gehen, wenn ich ein Hörer geworden bin wirklich, das ist du? hier habe ich gedacht, dass ich einen Ruhm um zu sehen, welcher Muscle-Head der nächste war und dann, Heilige Hydras, es ist nur eine kleine Mädchen, eine kleine Lassie, eine kleine Blubberd Hades! was ist das ein Moskito? wo habe ich diesen Bugspray? Moskito? also, du bist Hades du benutzt Zack und versuchst Terra in die Schmerzen also ich nehme, dass du dich mit der Schmerzen genannt hast aber hat er ja nicht Zack genannt, so wie Zack Terra ist mein Freund und ich höre, dass er über die Schmerzen über die Schmerzen er ist nicht schmerzen ha 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 du hast du hast du hast du hast du hast es du hast 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 finde ich jetzt kommt ich könnte nur einen optionalen boss aus kindermals 1 4 hours no fair Hades I suppose that's in the rules rule number two combatants make call for backup maybe you better call yours bluebird he's already here don't I can do this on my own ja aqua is in full badass mode sieht ein riesen und gott vor sich titan und gott vor sich denkt sich die mache ich beide fertig deswegen ist die beste im spiel wie hades und den eis titan ja warum nicht und wenn man gegen gott und titan leider ist der kampf nicht so schwer ja da sind auch das habe ich gesagt nicht schwer hier ist gut auch für die mangel als h also mal anderes einsetzen so geht ihr das erst darauf hat sage ich euch dann nehme ich als erstes fertig durch diesen blöden ist die ganze anreisen da ist ja noch wie den seine schritte ja ganz arena irgendwie ja erschüttert haben ist das das ist natürlich besser feuer von uns zu haben ich weiß nicht ob der der handwicht gegen links ist ja das macht nix deswegen schon fertig ich habe getroffen das kommt da jetzt auch nicht los ja sehr einfacher kampf leider wenn man darüber nachdenkt gegen was ich ja kann kämpfe weil er macht irgendwie nach dem angriff so irgendwann anders das ist ja auch noch kann ich leider nicht so schwer wie man denkt wenn man nicht schweiz ist vom gegner einer schwersten also nicht schwersten aus der sage ich jetzt mal auch ein anderer starker story boss wir haben aber einfach so fertig gemacht also das abweist zu diesem zeitpunkt schon stärker am ende von kindermals einen du das snow cone wouldn't cut it I need a real Titan stay tuned all the dates work stupid Hades next time I'll put him in his place oh yeah you're the champ we got to celebrate that won't really be necessary hey how about one date oh I have to leave right away besides I still have so much training to do fair enough and I'm still a work in progress after all huh well how about this I become a hero then we go on a date I I can't make any promises yes great it's settled herohood here I come oh it's over already and I finished today's training in record time oh aqua what's wrong your face is red nothing nothing you want to be a hero too right strength alone won't make you into one yeah I know I know strength alone won't make me a true hero I'm starting to figure that out I look at you and Zack and I can tell there's something more you've got strength in your heart to never stop trying and one day you might just become a true hero after all Tara you too keep fighting ja die weg und halten dann bleiben was glaube ich nicht so gut ist für aqua ich fand hat voll putzig wie aqua so am straucheln war wegen sechs date anfrage ja ausgezeichnet so heute hätten wir diese welt abgeschlossen parts werden immer jetzt sechs minuten lang ungefähr verdammt aber egal wenn das spiel zu ende bringen das fehlen noch 12 also da noch drei vier parts sind aber schon wieder fertig gut dann würde ich sagen ich bin die partie wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play king damals beruf das lieb ich bleib mich aller herzlich für zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge